WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Verizon Online kann man auf zwei Arten spielen. Bei der Online-Auto-Tour gehst du mit Freunden auf eine Spritztour. Dabei geht es direkt ans Eingemachte. Du reist von einem Ziel zum nächsten und hattest bei einer Reihe von unterschiedlichen Veranstaltungen an. Bei der freien Fahrt Online kannst du dagegen frei wählen. Such dir Autos aus dem Autosalon aus, besuch Veranstaltungen, nimm an Autotreffen teil oder fahr einfach mit deinen Freunden rum. Es liegt ganz bei dir. Mach dich bereit für die Autotour deines Lebens.